Nicole's Spielzeugwelt Oh, hallo Dylan! Was machst du denn Schönes? Eine Halskette aus Perlen! Dylan, schau mal! Mit diesem Plego-Set kann man auch Schmuck machen. Dylan, wir können für dich einen schönen Arm reif machen. Sollen wir Gold oder Silber nehmen? Ja, das ist so schön! Ich habe einen schönen Tag. Ich habe einen schönen Tag. Säge ich jetzt an, und dann noch ein bisschen, aber ich habe noch einen kleinen das ist so schön. So, ich habe jetzt einen kleinen so ich habe jetzt noch einen Schiff, so ich habe jetzt noch einen Schiff, so ich habe jetzt einen Schiff, Da kommen jetzt noch farbige Edelsteine drauf. Ja, das war's. Sollen wir auch einen Ring für dich machen? Ja! Wir machen einen goldenen Ring. Mit einem rosa Stein. Wir machen einen Ring. Oh! Ja! Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020